Wir können das Problem der geflüchteten Menschen auf der Welt nicht lösen, aber wir können unseren Beitrag leisten im Rahmen unserer Kräfte, dass es besser wird. Und ich denke, das haben wir getan. Das hat uns auch nicht überfordert. Das freiwillige Engagement hat bei uns eine lange Tradition. Wir haben das lange geübt, auch zu vernetzen mit den hauptamtlichen Strukturen. Ich glaube, das ist so etwas wie das Rückgrat unseres Engagements. Die Situation drin, die man im Englischen mit win-win bezeichnet, einerseits, dass eben die Flüchtlinge, die in Deutschland sind, dass man denen eben hilft, das Richtige zu finden. Und auf der anderen Seite, dass es eben auch für Deutschland ein Gewinn ist, für die Gesellschaft hier. Es war ja Rhein-Altena. Und als ich nach Rheinland gekommen bin, habe ich Herr Leweckin gelernt. Und er hat mir erzählt, wie das System in Deutschland läuft und wie man da in Deutschland gut leben kann. Und ich bedanke mich bei ihm, weil er mir viel geholfen hat. Also ich glaube, mit unserem Ansatz gelingt es, Vorurteile deutlich abzubauen. Und dieser Abbau von Vorurteilen ist die erste Voraussetzung für die Akzeptanz. Das Ziel, für das ich kämpfe, ist richtig. Und ich bin irgendwann mal in die Politik gegangen, weil ich Ziele umsetzen wollte und Haltung zeigen wollte. Und das ist durchaus so, dass ich es nach wie vor für richtig halte. Das ist der Grund, warum ich Politik bin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020